Ich bin Zine Kandrian und wohne seit eh und je in Flims. Ich bin Candra Gettli, bin aufgewachsen in Flims und wohne jetzt seit zwei Jahren in Laax. Snowboarden für mich bedeutet mega viel. Und hier in Laax habe ich natürlich den besten Park zu fahren. Das ist einfach ein Traum. Mir gefallen die Berge und die Natur extrem. Egal ob es regnet, ob es Schnee, jeden Tag in den Bergen sein kann, ist natürlich fantastisch. Man trifft eigentlich immer Leute, die die gleiche Passion haben und man hat einfach immer einen guten Tag. Ich habe es noch nie bereut auf den Bergen zu gehen.